Ich grüße euch wieder zu deinem nächsten Elefanten zum rummischen Zuruslager. Der ist jetzt der dritte Elefant auf unserer Liste. Wir haben jetzt die normale Rüstung wie immer an. Schwierig, ich kriege gerade das Video auf normal. Warum sage ich immer normal? Um Gottes Willen. Ja, schwer. Kann man ja umstellen. Macht aber keiner. Außer natürlich die vollen Hubs. Hier vor immer schön nochmal Pfeile holen. Braucht man auf jeden Fall. Und Lager betreten. Es wird wahrscheinlich ein paar Versuche dauern. Ich habe nichts stärkeres. Das ist das stärkste, was ich auch habe. Ja, was zur Hölle? Was war das da für eine Scheiße? Ja. 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 Und nicht動! Geh dich! Seh zanquinum, a sepulchrum! Achtung! Komm schon! Komm! Alter! Boah! Ich piss euch ins Gesicht, Alter! Meine Fresse! Scheißt die Wand an, Alter! Ihr romischer Surus-Lager! Fickt ihn an den Arsch, Alter! Gönnt euch Leviathan als erstes! Ich weiß nicht, woher ich es dir habe, aber gönnt ihn dir, Alter! Das ist was! Alter! Wunderwitz! Alter, meine Hände tun übelst weh! Aber gut, das war der dritte Elefant! Oder? Ja, das müsste der dritte Elefant gewesen sein! Haben wir jetzt noch die Doppelten vor uns! Oh mein Gott! Ich weiß auch nicht, ob noch welche kommen! Das könnt ihr euch echt nicht sagen! Weil ich habe ja noch nicht alles aufgedeckt! Aber wir haben jetzt wenigstens die beiden Elefanten! Das ist schonmal sehr nice! Sehr nice! Gut! Dann! Viel Glück euch, Alter! Ich höre es euch! Gönnt euch nicht aufs Schwer! Gönnt euch nicht aufs Schwer! Gut! Viel Spaß noch! Dreckliche Wunster! Nein, 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 nein! Maaain! Aaaaaaasssssssssssssss! Alte, was? Oh Gott! Der Kampf ist heftig! Meine Fresse! Oh Mann! Mann, äh, Gott, ist das scheiße, Alter. Was ist das für eine kranke Kacke, Alter. Ja, das ist, mit dem Bogen ist das so krass, dass der Typ auch noch von oben schießt.